Hä, Skava, andere Kameraperspektive? Irgendwie sieht das voll scheiße aus. Guck mal, was ich gekauft habe. Das Ding ist einfach größer als ich. Also ich bin auch Jungfrau, ne? Das ist mein erstes Mal mit so einem Gerät. Der Gerät schläft nie ein. Ne, deshalb seid nicht böse, wenn hier nicht alles super läuft. Aber Skava kriegt das schon hin. Und wenn das kacke ist, dann ist es in einer Woche wieder weg. Safe Call. Ich sehe einfach aus wie so ein professioneller YouTuber. Geil, Alter. Hallo? Halt einfach der Mord. Ab zum Gameplay und Quit. Wundert euch nicht, dass das Spiel, das Video, mit 30 FPS aufgenommen wurde. Ich weiß es nicht, ob das Spiel darauf, also ob das Spiel nicht mehr kann oder meine Grafikkarte nicht mehr kann. Keine Ahnung. Aber grafisch ist das Spiel ne 1. Ne 1 mit Sternchen. Wir müssen, wir müssen die Atmosphäre dabei genießen. Eeeep. Rot. Ein Autounfall. Ein Autounfall. Hm. So, wir sind in einem Auto. Genau. Handy klingelt. Oh, ein Samsung. Ha? Gute Entscheidung, gute Entscheidung. Ah, iPhone ist immer so. Hm? Naja, ne? Naja. Da heult jemand. Oh lol, da ist jemand. Können wir hier raus? Jupp, wir können raus. Ich glaube, unsere Frau ist aus dem Auto geflogen. Wo sind wir denn gegen gefahren? Kofferraum ist auch auf. Wieso ist der Kofferraum auf? Macht ja gar keinen Sinn. Wo ist sie? Wo krabbelt die denn hin, Alter? Boah, grafisch. Es sieht sehr gut aus, das Spiel. Also wirklich. Grafisch. Da ist ein Haus. Ah, eventuell müssen wir da gleich hin. Wo ist sie? Hallo? Hallo? Ach, da ist sie. Nix ist passiert. Es ist nix passiert. Wir sind nur mit 100 kmh in einen Baum geflogen. Hä? Hä? Ich glaube, wir sind doch nicht in einen Baum gefahren. Vielleicht ist das alles nur eine Vorstellung. Aber ich muss ehrlich schon mal Props rausgeben. Eines der ersten Indie-Horror-Games, die eine sehr, sehr gute Qualität haben. Also vom... Also, klar... Doch, ist schon sexy. Ist schon sehr sexy. Muss ich zugeben. Hm. So, müssen wir hier wieder hin oder müssen wir zum Haus? Das ist jetzt die Frage. Oh, mein Kopf juckt. Aua. Also, ich habe das Gefühl, wir müssen zum Haus. Weil ich glaube, das macht nicht so viel Sinn, einfach hier so rumzulaufen. Weil hier ist nix. Wir gehen mal einfach zum Haus. Weil das sieht auch so einladend aus. Hm. Bin mal gespannt, was hier passiert. Also, ein bisschen schneller kann er schon gehen, oder? Also, so seine... Wenn ich so eine Ganganalyse machen müsste, der läuft schon echt sehr gut. Also, als wäre er nicht verletzt. Hä? Was ist das? Wo ist denn die Tür überhaupt? Ah, Handy wieder. Ja, moin. Boah, Digga. Also, wenn man so ein Handy hat, dann ist das Handy wohl nicht mehr zu gebrauchen. Also, solche Töne hat mein Handy noch nie ausgespuckt. Und jetzt? Atomkrieg. Ich glaube, eine Atombombe wurde geworfen. Digga, was ist denn hier los? Das blendet. Das blendet. Digga, irgendwie piept mein Kopfhörer die ganze Zeit. Schlechte Tonqualität. Schlechte Tonqualität. Okay. Da ist eine Taschenlampe. Was ist denn mit unserer Frau passiert? Hallo? Alles gut bei dir? Diese Position sieht ein bisschen verkehrt aus, ne? Ah, lol. Die guckt uns an. Hallo? Alles gut? Digga, so eine Posi, Alter. Kenne ich von woanders. So, Handy klappert. Jetzt können wir nichts machen. Oh, jetzt. Ey, die liegt da wieder. Och, Digga. Was ist denn mit der los, ey? Aber ihre Haare sind sehr schlecht gemacht. Ich glaube, die hat eine Halbglatze. So, die Haare gehen hier runter. Und hier hat sie nix mehr. Hier hat sie aber nix mehr. Hallo? Jemand da? Hallo? Kannst du dich erinnern? Was? Trennt und mich erinnern. Ich, äh... Ich denke, dass sie... Trennt. Was ist etwas falsch mit mir? Ich brauche ein paar Hilfe. Duck. Was? Duck. Wir werden angegriffen! Angriff! Hände hoch! Ich glaube, wir wurden gesnipet, Digga. Ich dachte, wir spielen hier Horrorspiele und nicht COD. Warum schießen die auf mich? Vielleicht war das ja gar kein A... Das ist kein Autounfall. Das sind Einschusslöcher von... 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 Pistolen? Boah, ganz komische Stimmung in diesem Spiel. Aber gefällt mir. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh, jetzt labert wieder die Alte, ey. Was soll das denn? I can't remember! I don't know. Nein! Wir sind wieder am Auto. Die heult da immer noch. Was ist das denn? Können wir die jetzt abschießen? Die ist da hinten. Die krabbelt. Die krabbelt wieder. Das hört sich aber an, als würde die... Digga, ich dachte gerade, ich habe meine Kopfhörer falsch auf. Digga, ich muss eine Triggerwarnung einführen, Digga. Leute können davon Epilepsi bekommen. Was ist passiert hier? Es ist sie hinter mir. Die hat sich teleportiert. I can't remember. Hallo. Wo bist du hin? Boah, ich habe so Gänsehaut, Alter. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Go to vehicle. Ja, ich gehe zum Auto. Wow, Alter. Ich bin echt fasziniert gerade. Geh rein da. Und jetzt? Wir haben eine Knarre. Rotes Licht ist nicht gut. Rotes Licht ist nie gut. Ich kann nichts machen. Oh, 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 oh. Hier strahlt es. Hier strahlt es. Da bin ich verstrahlt, Alter. Alter, Alter. Da bin ich verstrahlt. Naja, was geht hier ab, Alter? Was geht hier ab? Aber bitte einmal eine Erklärung. Jetzt sind wir wieder im Wald. Jetzt hört es sich nicht mehr so freundlich an hier. Da brennt ein Licht. Da gehen wir natürlich hin, ne? In einem dunklen Wald, wo ein Licht brennt. Immer hingehen. Ganz wichtig. Das ist ein Baby. Das ist ein Baby. Ja, ne. Das ist unser Auto, lol. Hä? Das macht keinen Sinn. Unser Auto war da hinten. Das macht jetzt keinen Sinn. Boah, Digga. Ich schwöre euch. Sieht man das eigentlich in der Camp, wenn das mich so blendet? Digga. Das Licht ist so grell. Guck hier. Guck mal, wie hell ich werde. Oh mein Gott. Weltuntergang. Hab ja. Ich wollte schon sagen, also wäre das Spiel jetzt vorbei, Digga. Ich hätte den Monitor eingeschlagen. Ich habe, ich habe, also bisher, bisher geiles Spiel. Ich check. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich check's nicht. Aber es ist cool. Ich habe sowas noch nie gesehen. So viele, so viele schöne Farben, Digga. Meine Augen, äh, meine Augen brennen gleich ab. Meine Sehkraft nimmt ein bisschen ab. Was will man mehr, ne? Was will man mehr? Jetzt haben wir wieder ein Walkie, ein Walkie-Pockie. Och, Digga. Can you remember? You remember me? Do you remember? Handy klingelt. Wir müssen ein Handy abholen. Sollen wir zum Auto, oder sollen wir... Das ist jetzt die Frage, ne? Das ist jetzt die Frage. Da leuchtet ein Auto und hier leuchtet ein Auto. Ich glaube, wir müssen da lang. Weil ich glaube nicht, dass wir zurückgehen müssen. Da kommen wir bestimmt gar nicht mehr ins Auto rein. Wo ist eigentlich das Haus hin? Ach, das steht da noch. Okay. Das hätte ja keinen Sinn gemacht. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, hier leuchtet irgendwas aus meiner Nase. Irgendein Pickel oder so. Geil. Hm. Schön, aber diese Lichter sind so grell. Ist das überhaupt erlaubt, sowas? Guck mal, wie ich leuchte. Heilige Scheiße. Ah, Digga. Ich komme hier gar nicht rein. Och, Mann. Ich hätte doch nach hinten gehen müssen. Scheiße. Kann ich irgendwas machen? Nö. Ich muss wieder zurück. Oder? Hallo? Jemand hier? Hm. Keiner da. Was macht doch keinen Sinn, wenn wir da wieder... Ja, doch. Jetzt klingelt wieder das Handy. Klingelt das im Auto? Oder ist das das Walkie-Talkie? Das Walkie-Talkie können wir... Okay, nee, ist im Auto. Okay. Ah, auf dem Auto. Okay. Ich bin... Okay. Ich bin... Ich bin... Wir verlieren sie! Bleib mit mir. Bleib mit mir. Ich vermisse dich? Rot. Hä? Ich hab das Spiel gar nicht gecheckt. Also ich kann mir vorstellen, irgendwie... Autounfall verwickelt... Aber... Irgendwie hab ich das gar nicht gecheckt, was da grad... Also... Ganz ehrlich, für ein Indie-Horror-Game sehr, also... Sehr krass gemacht. Also diese grellen Lichter, Digga, meine Augen, die funkeln. Die werden bis morgen funkeln. Bei mir geht in den Augen Disco ab. Aber... Geil gemacht, also kennt man nicht. Auch wenn das weggebummst hat, also ich würd echt eine Triggerwarnung einführen, weil... Digga, manche die Epilepsie haben oder so, Digga, die würden... Digga, zwei Sekunden... Die sind weg, die sind weg nach zwei Sekunden. Aber... Ich weiß nicht, Autounfall, Frau gestorben oder er gestorben, ich weiß es nicht. Hab's nicht gecheckt. Wenig Jumpscares, also oder gar keine sogar. Aber von der Atmosphäre fand ich geil. Und grafisch sehr gut. Sehr gut. Klar, jetzt lief das nur mit 30 FPS, aber... Das kennt man von solchen Games eigentlich nicht, ne? Das ist ja ein kostenloses Game, dass man sich da so viel Mühe gibt, grafisch. Jetzt mal ganz ehrlich, auch so jetzt hier im Menü. So wie diese ganzen Blätterchen wackeln und so. Das gefällt mir, das gefällt mir. Schön anzusehen, ne? Auch wenn ich nichts mehr sehe, ne? Weil... Disco. Aber... Gutes Game, gutes Game. Ich lese mich, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen ein, was das jetzt wirklich für eine Story war. Aber ansonsten... Geil, ey. Cool. Und damit... Ist das Video jetzt auch beendet? Bitte abonnieren, bitte die Glocke aktivieren. Und das alles drum und dran. Bitte den Kanal teilen. Alles drum und dran. Ich wünsche euch was. Das Video hat euch bestimmt gefallen. Und wenn nicht, dann nicht. Jaaaaaaaaaaaah! Und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Kuss auf die Nuss. Bis zum nächsten Mal.